hallo liebe leute willkommen zu einem neuen video mit dem guten daniel und mit dem guten jonas im test keine angst er spielt nicht mit er kann es nicht heute spielen wir mal wieder ein wunderschönes spiel da sind wir jetzt wieder im video komplett verkackt alter ja also leute wissen seit keine haben schon seit zwei minuten da drin aber immer dort verkackt hat doch nie jemand laurig ja und deine jäger sind weg ging heute aber ziemlich schnell muss ich sagen wieder vorhalter ja vorhalter immer leute wir haben gestern gespielt wir haben gestern gespielt es war traurig weil richtig hart fackt habe und ich hatte vielleicht ich hatte nicht mal die volle ich hatte ich hatte da zirka 33 kose kovetten drin und mehr nicht er hat damit der ist damit gekommen und hat komplett verschicke so traurig immer und es ist jetzt oben rechts werbung einschreiben wir haben bald einen phase 2 machen wir einen neuen auf und wenn ihr drauf wollt könnt ihr findet ihr die ip vom ts unten im link unten in der beschreibung und auch die server ip aber die server ip wird wahrscheinlich noch nicht drinstehen weil das server erst vorgerichtet werden muss also aber ihr habt die ts ip auf der ts kommen wenn ihr mit uns immer spielen wollt wenn ihr auch star wars empire war habt könnt ihr gerne mitmachen so da sind wir wieder nach einem technischen defekt rein zufällig ein technischer der track keine ahnung warum ja 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 ich bin jede zeit bereit Alter, was ist denn? Aaaaaaahhh! Was denn los? Der Scheiß stellt sich selbst aus! André? Ja? Jetzt kann ich dich wieder, Alter. Ich hab das Ding gemutet. Was denn Kaka? Welches Ding hast du denn gemutet? Mein Headset. Ich hab dich nicht gehört, warum? Weiß da. Welches Lab bist du, Penner, Alter, solange ich weg war? Kein Scheiß. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weißt du selbst nicht, obwohl du die Lab spielst. Nee, also warum wollte ich das wissen, bitte. Ja. Da kommt er mit Kreuzern an, Alter. Ja. Du Nutte, Alter, du. Rechennutte. Ich kann das Spiel auch spielen, Alter. Ich kann das Spiel auch spielen. Jetzt los, ab zum großen Angriff. Ja. 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 Wir halten grad hier alles irgendwie aus, also... Seh ich. Der eine Kreuzer ist schon schwer beschädigt. Regatta in Bereitschaft. Der eine hat auch bald kein Schild mehr. Proordinaten Empathic. Wir sind unterwegs. Klingen die nicht ein bisschen auf die Fresse grad? Waffen aktiviert. Erwartung befehlen. Unser Hauptschiff ist die Laser-Batterie. Scheiße, dieser nacktische Werfer auf. Ich weiß, dass die Dinger auf die Schilde scheißen, aber der Nachteil ist, das Schiff hat auch keine Schilde. Auf Kampfstation und bereit. Nein! Nein! Hast du grad mit der Selbstzerstörung verkackt? Nein, ich hab die Selbstzerstörung deaktiviert. Ja sag ich doch, hast du verkackt damit? Ich wollte mich nicht selbst zerstören. Wir sind hier gestern. Waffen aktiviert. Erwartung befehlen. Auf Kampfstation und bereit. Diese Torpedo-Werfer müssen zerstört werden. Regatta unterwegs. Regatta auf. Erwartung befehlen. Wir sind auf Kampfstation. Proordinaten empfangen. Wir sind unterwegs. Da seid ihr gestern. Verstärkung. Verstärkung unterwegs. Fahrzeug wird produziert. Mein Schiff bringt dir gleich nichts mehr. Warum nicht? Weil die Schüsse, die durch die Schilde gehen, habe ich wieder kaputt gemacht. Das heißt, das Schiff ist nutzlos. Es hat nur noch ein Antrieb. Oh, nicht gut. Weitert jetzt nicht mehr. Zu spät, selbstzerstört. Als ob ich die Mitte gerade gehalten habe, alter. Wir sind hier. Ach. Ach schon, schon, ja. Schaut, dass diese Venatoren keine Jäger raussetzen. Doch, tut sie. Nein, tun die nicht. Ach so, deine Venatoren meinst du? Oh ja, okay, gut. Die setzen keine Jäger raus. Die haben ja keinen Hangar. Doch, die haben doch Hangar, hä? Ja, aber die setzen keine raus. Das sieht aus, die Tag Stufe 3. Hallo? Ich komme gerade Tag Stufe 3. Alles klar. Ich komme gerade Tag Stufe 3. Alles klar. Ich habe hier schon wieder das ganze System in der Kontrolle. Nein. Ach, weißt du was, worauf ich Bock hätte? Es gibt doch dieses eine Programm, womit man ja so eine Map wieder machen kann. Ja. Selbst spawnen, ja. Soll ich das mal machen? Nein, das... Wäre doch cool, oder nicht? Mach ich dann einfach so, dass um die Basis ungefähr neun Minen sind. Warum greifst du mich da an? Bomber. Es sind nur Bomber. Die meine Schiffe jederzeit produzieren wieder neu. Lohnt sich, weil... Generator ist weg. Warum greifst du mich einfach so an? Das geht überhaupt nicht. Komm und dein Raumschiff schill. Komplett aktiviert. Ekial, der... Oh, au, au!!! Au... 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 Au, komm, 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 mach den weg! Mach den Schild weg! Macht den Schild weg! Ihr müsst euch schneller drehen! Jaaaa, da können die letzten Schüsse gefallen. Die Rest sind bescheißegal, der Schild ist weg. Nein! Nein! Hier sind... Oh mein Gott! Scheiße! Also hast du hier das Falsche gespawnt? Nein! Hier wurden... Rechtsklicks gedrückt. Beim Updaten. Scheiße! Knacke! Scheiße! So ein bisschen Scheiße! Ja... Hm... Perfekt man hier. Weißt du wie viel Geld ich hab? Wie viel? Ich hab jetzt gleich 30... Ja, ich hab 30.000. Ich hab 40... Ich hab 40.000. Was Screenshot? Siehst du im Video? Ja, das will ich sehen. Wenn nicht, Alter, kriegst du Schelle. Keboom! 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 Oh nee, warum greifst du mich einfach wieder an, ey? Übrigens, das wird jetzt meine Zerstörer-Flotte. Wieder eine Zerstörer-Flotte. Sehen hast du, was auf dich ankommt. Aber die Venatoren sind scheiße schnell. Befehle Empfangs und Verstands. Da waren sie Befehle. Kann ihr empfangen euch? Bitte wiederholen! Hast du irgendwelche Schiffe zum Abwehren? Äh... Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ich würde dir einen Tipp geben, dass du dich beschützen würdest. Äh, ich hab so hundert Prozent welche Schiffe! Scheiße, 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 scheiße! Oh. Scheiße, 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 scheiße! Oh, Gott. Einfach bauen! Einfach bauen, ey! Schatz was er umsetzen wurde aufgerüstet ein weiterer Punkt doch einer das Bruch der Störer was Prozent aber ich muss das Leben er wird sich das aufzustellen und ein Jägerbande der Kräser sei scheiße ich hab auch wirklich gar nichts dagegen ist halt ernsthaft ist keine Beleidigung oder irgendwie sarkastisch ich hab wirklich nichts dagegen NEIN was was hab ich gemacht das ist eine Selbstzerstörung das ist eine Selbstzerstörung hier holt man so süper auf was ist Selbstzerstören wieso so macht man es jetzt holt er noch eins das ist so traurig dass du grad mit einem Selbstzerstörung gemacht hast Prozent das war selbstzerstören wo ich die ganze Zeit gemacht habe aber ich will so ich 40.000 erreichen überhaupt wenn du gar nicht wirklich die ganze Zeit Geld ausweist er zauft keine Ahnung und noch einen sag du mir das doch NEIN ELF 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 . wird ja nur Kurzzeitstreckenjäger von dir was ja und solange ich dich abgelenkt habe ich jetzt der Stufe 5 warte als Upgrade Komplettung zu schütteln nee da doch die Helden alter und auch die Turbolaser und die Hyperjigie das Hyperjigie ist und teilt die Fender Squats geil alter die genau gemacht sind um deine Aggressorscheiße wegzurotzen wenn du die Aggressorsachen jetzt nach vorne schickst ich werde den Sternzigerer mitten inzwischen drin spawnen machen wir doch erstmal Frieden machen wir doch erstmal Frieden Bruder oder nicht okay kommt die Probe der BW falsch gespielt wird sich weil ich schick meine Stärzerstörer auf dich komm ich weiß wo du wohnst du weißt wo ich wohne äh was keine Sorge ich Upgrade auch nix was ich könnte auch schon spielen jetzt mit einem Jäger aufs Korb nach vorne fliegt und sechs Sterzerstörer spawnen ich hab vielleicht nicht so zucker also die Stärzerstörer im Büro was 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 nichts nichts was der Heck ja krasser Heck alter ja Ballers war Heck krasser Heck ja aber die Stärzerstörer baut sich voll schnell das ist voll traurig ja ich mach selbst zerstörer ich mach selbst zerstörer ich mach selbst zerstörer Upgrade complete also ich hab jetzt alle Upgrades von der Order von der ersten Ordnung von der ersten Ordnung her Upgrade der PDR Prozent des Imperial ist ja die Erstaubung doch nein was ist ihr seht Leute hier spielen er könnte nichts sagen aber wenn ihr Profi spielen ach wie wie bei der Stift Prozent zu gespielt wird kein scheiß ich habe beide Hälfte jetzt schon 21 Stärzerstörung da 20 ich ich bin ich bin Nein, warte ich bin nein, warte nein, warte wie viele Minen hast du circa wie viele hast du ich habe vier okay Hast du 2? Ich habe... 100 Aha Welchen Hack benutzt du? Hä? Welchen Hack benutzt du? Ähm... Minenhack Ist neu auf den Markt Okay Okay Spiel kein falsches Spiel mit mir Scheiße das Schiff ist zu dick Das Schiff ist zu dick Hast du die Sport? Spiel kein falsches Spiel mit mir Greif meine Basis nicht an Oh das tut mir leid Das tut mir ganz arg leid Wirklich Tut mir überhaupt nicht leid Falsche Spiele kann ich auch spielen Das ist wirklich Zerstört der Sag mal mit den Sachen da hinten Für was gibt der sich denn aus? Was besseres Und kacke wenn Das Schiff kein Keine Spitzalwaffe hat Aus dem Schild Ein Schildentnehmer Oder gar keine Waffe besser gesagt Warte Ja ich warte 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 Komm schon Überleg es dir nochmal Wie ich warte Was soll ich überlegen? Das schwerste Schöger noch da ist? Deine Entscheidung Entscheidung Deine Entscheidung Deine Entscheidung und so weiter Leck mir doch am Sack, Alter, der tut noch mehr Der ist ja so stark, gell? Die Dinger, was du gerade gespawnt hast, gell? Die Dinger sind schon stark Warum? Das ist doch nur ne Eilmühle, was? Das Ding interessiert doch keiner, den will ich noch nie mal in Trauben holen Mein Schild interessiert jetzt überhaupt nicht, das seh ich auch Der will ja noch nie mal in Trauben holen, ey Der will ja bitte schon so ein Ding haben Das lässt meine Mine in Ruhe, ey Ja, gleich Ich werde das noch beenden mit den Mieten Hey Ich finde das Der will nur noch meine Schilde Das heißt, der kleiner Bot kann ihm ja gar nichts tun Der stört die Ionenkanonen Wir sind in Position Schaltet die Ionenkanonen aus Der stört die Ionenkanonen aus Der stört die Ionenkanonen Der stört die Ionenkanonen Dann verliegt denn alle каждens sind teuer Nein, mein Schildgenerator, nein Was soll ich jetzt bloß so tun? Oh mein Gott, was soll ich denn bloß tun? Oh mein Gott, was soll ich denn bloß tun? Ich hab überhaupt nichts mehr, womit ich mich verteidigen kann, was? Ja, weil mir die Spezialwaffen aus sind, kriegen gar nichts mehr die Schiffe. Schon gewusst? Ich weiß, mit welchen du alles zerstören kannst. Oh, jetzt können aber deine Schiffe nichts mit mir anrichten, das ist traurig. Warum? Weil die nur noch den Schildgenerator wegnehmen können, mehr nicht. Aber warum? Weil sie ihre Spezialwaffen verloren haben. Selbst dein Held, Alter. Ob ich es gerade ernsthaft, alle deine Jäger zerstört? Aber warum? Warum ist die Banane krumm? Nein! Das Konsorpsium kehrt zurück! Es nimmt Rache! Hast du das gehört? Rache! Wann nächste Woche oder so? Keine Ahnung, es nimmt jedenfalls Rache, was? Und du wirst aber sterben bei der Rache-Aktion. Du wirst aber sterben bei der Rache-Aktion. Nein! Ne, ich sehe halt nur alle deine Schiffe zerstören. Mein Fawn lebt halt immer noch. Weil Pete hat gar nichts abbekommen. Regatta unterwegs. Waffenaktiv aus der Waffenbefehle. Auf Kampfstation und Bereich. Unser Hauptantrieb wurde ausgestattet. Loll! Eins ab! Also, easy gewonnen auf jeden Fall. Ja, also klar. Ich denke mal, das war's mit dem Video. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, ich hab gewonnen. Nein, ich hab gewonnen, ich hab noch eine geheime Flotte noch gehabt. Genau, Alter! Ich hatte halt noch 22 Herzenstörer im Hintergrund, aber okay! Also, ich hätte gewonnen. Also, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute! Viel Spaß! Lass ein Abo da! Ciao!